so ich lese das kamera handbuch kennen die aus die monate ihre kamera im praxiseinsatz das ist dieses buch das ist die zugehörige kamera hier mit einem weitwinkel das ist das 18 bis 135 mm objektiv das bei der kamera dabei war bei spiegelreflex kameras und das ist eine muss man früher bei so einem großen bereich und 18 bis 135 mm ist ein ziemlich großer bereich ein bisschen kritisch sein das objektiv funktioniert meiner meinung nach hervorragend ich immer dazu sagen es war damals relativ neu auf dem markt so ich bin angekommen in kapitel 1 punkt 2 das heißt alle bedienelemente im überblick beim lcd monitor der monitor hier hinten ist schwenkbar das ist sehr sehr schön wenn jetzt zum beispiel auch so klappen da kann man darauf tun manchmal jetzt einfach mal so dann sieht man auch so was ähnliches der lcd monitor tipp wenn sie die erläuterung im dritten einstellungsmenü in klammern gelb die aktivieren können sie die einstellung direkt nach dem ersten an tippen der funktion verändern 1 2 3 erläuterung aktivieren die aktivieren wieder auf aktivieren bis jetzt damit gut zu klar gekommen sind so aus das ist total schlimm jetzt muss man da drauf das machen dieses a plus und ich hatte hier verschlusszeit vorwählen hatte ich eingestellt oder verschlusszeit und das andere ich konnte das mal sowieso nicht richtig naja muss ich alles gar nicht verstehen macht verschlusszeit wird dann hier gar nicht mit angezeigt das ist nicht ganz realistisch was hier steht so der lcd monitor der lcd monitor auf der rückseite der kennen eos 800d verfügt mit einem millionen 40.000 bildpunkten über eine sehr hohe auflösung er lässt sich jederzeit über die infotaste hinten auf der kamera einschalten im livebild modus wird das kameramenü nicht angezeigt da der lcd monitor das aktuelle motiv abbildet nach einem druck auf die q-taste können sie mit hilfe der pfeil tasten die einzelnen elemente des lcd so jetzt wo ist die q-taste und dann kann man so war das ich erinnere mich so und schon macht es spaß ich bin zufrieden nach einem druck auf die q-taste können sie mit hilfe der pfeil tasten die einzelnen elemente des lcd monitors auswählen und mit einem druck auf die set testen verändern alternativ können sie auch einfach mit dem finger auf den wünschten eintrag des lcd monitors tippen standardmäßig erscheint auf dem lcd monitor dann eine kurze beschreibung zur ausgewählten funktion in klammern erläuterungen erst wenn sie erneut auf den eintrag tippen können sie die einstellungen verändern ach das kann man damit machen so es gibt dann aufnahmemodus verschlusszeit blende tonwert priorität diese einstellungen tonwert priorität ist weiß abgleich diese farbtemperatur belichtungs anzeige korrektur weiß abgleich bildstil betriebsart autofokus modus bedienung über touch screen einschalten akku ladezustand i fi übertragungsstatus hat die kamera nicht anzeige der gps verbindung hat die kamera auch nicht multiple shot rausch reduzierung keine ahnung verbleibende aufnahmen messmethode hat die auflösung qualität automatische belichtungs optimierung hat die kamera auch nicht funktion einstellungen blitz blitz belichtungs korrektur und iso einstellungen ja so es geht dann weiter mit 1.3 startklar für die ersten aufnahmen tschüss